Grüße liebe Gamer Freunde, zurück zu Mass Effect 3. Wir sind gerade an einem sehr unheimlichen Ort, das Asari-Matriarchen-Arakiakshi-Kloser, wie auch immer ich es jetzt nennen möchte. Ja, wir, trotz meiner riesigen Angst hier, untersuche ich hier alles sehr ordentlich und wir sehen schon, es ist Reaper. Reaper-Gear gewesen. Und wir haben eine Asari-Leiche gefunden. Und ein PDA. Wenn es keine Überlebenden gibt, zünden wir die Bombe in der großen Halle. Große Halle, achso. Okay, hier ist nichts. Aber es ist wirklich voll schön hier. Es ist mal ein schöner Ort in Mass Effect. Das sieht ja alles immer gleich aus, aber hier ist es mal wenigstens ein bisschen anders. Ein bisschen bin ich traurig, dass sie das Hacking, so wie es früher funktioniert hat, abgeschafft haben. Aber nur ein bisschen. Gut. Ich hätte sie fast nicht gehört. Samara? Es ist eine Weile her, Shepard. Freut mich, sie zu sehen. Die Verderbnis reicht hier sehr tief. Sie sind bestimmt auf eigene Faust hier. Vielleicht wegen etwas Besonderem? Das stimmt. Zwei meiner Töchter leben hier. Und sie sind der Grund. Nur ihre Entschlossenheit kann uns retten, Shepard. Wir haben ihre andere Adat-Yakshi-Tochter gejagt. Sind die hier genauso gefährlich? Faler und Rila haben die Klosterregeln seit ihrer Ankunft strikt befolgt. Sie haben keinerlei Hang zur Gewalttätigkeit. Und sie sind hier, um sie zu retten. Ich habe die Verantwortung für sie. Und das gilt auch, wenn gerade unsere Galaxie zusammenbricht. Gehen wir zusammen. Vielleicht wissen ihre Töchter, warum die Reaper angegriffen haben. Sie haben sicher viel zu erzählen. Ich habe sie seit Jahrhunderten nicht gesehen. Die Zeit wird knapp. Okay. Wir sehen uns wieder. Ich lenke diese Kreaturen ab. Halt! Gehen wir. Das war ein sehr, ähm... Ne? Gucken wir uns hier noch einmal um. Mein Name ist Tashia Paré. Ich bin verwundet. Schwer. Geben Sie das meiner Bindungspartnerin, Veshra. Ich habe sie gebeten, zur Citadel zu gehen. Und sagen Sie, Veshra, dass ich sie liebe. Sagen Sie ihr. Es tut mir leid, dass wir gekämpft haben. Ich war so dumm. Ich wollte das alles nicht, Veshra. Ich möchte, dass du alles bekommst, was mir gehört. Okay? Ich liebe dich. Ich liebe dich so. Ja. Alles klar. Wieder jemanden, den ich auch erst hätte, der suchen darf hier. Der Komplex ist riesig. Wir müssen Zehntausende gelebt haben. Ich habe keine Überlebenden gesehen. Ich auch nicht. Die meisten von ihnen waren bestimmt Zivilisten. Wieso denke ich eigentlich die ganze Zeit, dass sie die Yadad Akashi... wie sie ja auch jetzt heißen. Oh, das sieht doch mal aus wie ein Kampffeld, he? Achtet auf die Beine bewegen. Entschuldigung. Zurück zur Seriosität, meine lieben Freunde. Hier liegt so viel Munition herum. Ich muss gerade erst mal drauf klarkommen. Es ist unheimlich. Was ist denn ein Bench? Was ist denn ein Bench? Moment mal. Varan. Rachni. Ratsvölker. Was soll das sein? Mass Effect 3 aus der Asche. Achso, ja schön. Die Reaper. Die Menschheit. Die Reaper. Wo steht das denn hier? Nicht-Ratsvölker. Die Yak. Kollektoren. Achso. Ne, auch nicht hier. Der Reaper-Krieg. Die Reaper. Hm. Eigenartig. Schade, ich dachte eigentlich, ich würd hier irgendwas mal kurzerhand über die Phantomen? Ne, die Phantomen. Über die Banshees rausbekommen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Aber man muss es nicht sagen, der Banshee sah schon cool aus, aber er war mega unheimlich. Oh, ich stehe ja gar nicht in der Decke. Ist eine interessante Frage, aber tatsächlich hat es mich auch an als Asari. Äh, erinnert, ich hatte es nur nicht ganz schön möglich gehalten. Ach, muss ich jetzt hier die Türöffnerin machen? Der Commander geht immer zuerst und verlässt als letztes das Schiff. Wow, wer läuft denn da? Mutter, du bist da! Ich kam, sobald ich konnte. Shepard, das ist Faler, meine Jüngste. Sie und ihre Schwester Rila sind Aradjakshi. Sie... Mutter, sie haben Rila! Was? Einige von diesen Kreaturen haben sie in die große Halle geschleppt. Ich wollte dorthin! Was machen die Reaper hier? Sie ernten uns. Sie verwandeln uns in... Das da! Monster! Gott! Das ist richtig. Die meisten von uns sind gerne hier. In diesem Kloster können Aradjakshi Frieden finden. Faler sagt die Wahrheit, Shepard. Ich bürge für sie, voller Stolz. Dann müssen wir uns beeilen. In der großen Halle liegt eine Bombe. Eine Bombe? Wollen sie denn niemanden retten? Wir versuchen's, aber dieser Ort muss weichen, Faler. Sie klingen wie die Soldatinnen. Und die haben niemandem geholfen. Faler? Tut mir leid. Der kann ja levitieren, wie cool. Die große Halle. Sie sucht nach Rila. Die kann das auch. Wir treffen uns dort. Bitte schnell. Natürlich. Das Banshees. Da ist wahrscheinlich die große Halle, ne? Ja, genau. Wir müssen natürlich... Nein. Nein. Man bräuchte ein Brecheisen, um diese Türen aufzukriegen. Es war hier wirklich schön, bevor die Reaper kamen. Das glaube ich wirklich gerne, weil ich das eigentlich auch voll schön hier finde. Ach, nur ein Maroder. Ich dachte, das ist ja schon wieder so eine Bär. Ich denke, das ist ja schon wieder so eine Bär. Wieso hat er denn eine Barriere gehabt? Wieso hat er denn eine Barriere gehabt? Und hier sollte nichts sein auf den Fluren, so an sich. Aber in meinen Ecken, man kann einen Banshee fast nicht von einem Maroder unterscheiden, das ist mir aufgefallen. Ich befürchte, wir müssen dort unten hin. Und bevor wir da runtergehen? Safe. Und wenn ich auch noch von Yannis manipuliert wurde. Es kostet sehr viel Zeit und Müll, die Regierung von Tessia zu überreden, dass unsere besten Schülerinnen ihre eigene Heimatwelt besuchen dürfen. Solange Yannis nicht erwachsen wird, gehört sie jedenfalls nicht dazu. Yannis nicht. Yannis nicht. Nicht das erste Mal, dass ihre Gefangenen völlig verängstigt hier ankommen, aber es war mit Sicherheit das letzte Mal. So, so. Waffen-Mod. Das heißt, da kommt jetzt richtig Kacke auf uns zu, wenn wir schon in den Waffen-Mod gehen dürfen. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier runter. Aufs nächste Schlachtfeld. Man weiß zwar nicht, wo sie herkommen, aber sie kommen. Sie ist so unheimlich. Sie ist so verflucht. Unheimlich. Sie ist... Sie ist so unheimlich. Scheiße. Keine Ahnung, was Kaldain gerade macht, aber das ist mir auch. So, für mich ist jetzt gerade nur... Ich bin komplett bewegungsunfähig. Scheiße. Oke. Oh mein Gott, das hat mal funktioniert. Puh, die sind sau unheimlich, die Benchis. So, vor allem, ich kann überhaupt nicht, ich verstehe überhaupt nicht, was passiert. Das ist richtig einfach so, oh mein Gott, what the, what? Ja, genau das ist es. Die Yuki hat dem Piet wieder was rausgezogen. Was ist das denn? Das ist ja unheimlich. Hallo? Das ist Wasser und die Spiegelung vom Wasser. Okay. Ich hätte gerne eine andere Interaktionstaste als die Sprungstaste. Das ist ziemlich nervig. Hier ist die große Halle, okay. Da kommen wir her, da können wir nur durch. Okay. Und dann? Yippieayay, Schweinebacke. Ach, Fahrstuhl fahren natürlich erstmal. Ganz entspannt. Da muss ich gleich einmal gucken, dass die Festplatte nicht schon wieder direkt voll ist. Bombe. Bombe da, weil die Folge ist gleich vorbei. Wer ist das? Da ist die Bombe. Und Faler. Rila, Rila, mach auf. Faler. Rila hört uns nicht. Sieh doch. Rila? Rila, hörst du mich? Geht ihr gleich auch zum Banshee? Warum hat sie das getan? Weil sie sich in eine Kreatur der Reaper zu verwandeln beginnt. Tut mir leid. Können wir die Bombe zünden? Nicht ohne einen Zünder. Die Soldatinnen hatten einen. Wir müssen ihn finden. Später. Ich hasse euch. Banshee und Nusk. Und wie ich angekündigt hab, ist die Folge vorbei. Zum spannendsten Teil. So, ich muss jetzt einmal gucken, ob die Festplatte voll ist. Weil wir sind in der nächsten Folge natürlich wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tja.